So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord, schön, dass ihr da seid. Ich fange erstmal entspannt an, für alle unter euch, die ein bisschen aufgeregt sind. Wir haben schon mal 5 Meter geschafft. Es ist ein Anfang. 80 Meter ist die Tour hoch, das bedeutet, uns fehlen noch 75 weitere Meter. Aber zusammen schaffen wir das schon. Runter kommen sie immer, machen sich keine Sorgen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war's für heute. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der obersten Bekage unseres Bodenturmes. 80 Meter über Bremer Freimann, das ist oben. Hier steht der große Freifalturm, 80 Meter ist er hoch, über 142 Tonnen schwer. Und eine Fallgeschwindigkeit von nahezu 100 Stundenkilometern. Untertitelung des ZDF, 2020 So, meine Damen und Herren, jetzt an dieser Stelle müssen wir uns ja überlegen, wie wir von da oben wieder runterkommen. Und hier im Ring, da gibt es zwei Möglichkeiten, die wir das anstellen. Möglichkeit Nummer 1, ich öffne da oben gerade mal alle Sicherheitsbügel. Wenn wir weit genug springen können, der schafft das vielleicht, wo sind die Weser rein? Und Möglichkeit Nummer 2, du bleibst da einfach gerade sitzen, sagt schon mal Auf Wiedersehen zur schönen Aussicht. Und hallo zum Adrenalin, denn in 10 Sekunden geht es los. 10, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 16, 18, 18, 20, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Untertitelung des ZDF, 2020